Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kerbal Space Programme. Ich habe einen neuen Auftrag angenommen und zwar, dass ich die Main Sail Engine teste, landet at Kerbin. Versuchen wir das doch mal. Währenddessen muss ich zugeben, ich habe den Erkundungstemperatur... Boah ist das laut, kleinen Moment. Temperaturmessauftrag mit dem Flugzeug erfüllt. Tada, so einfach. Und ich kriege alles zurück. Das war kostenlos. Den Temperaturmessauftrag mit dem Flugzeug erfüllt in einer Folge, die ich aufgenommen habe und... Wie soll ich sagen? Leider vergessen habe, Ton mit aufzunehmen. Äh... Ja... So. Äh, was haben wir denn noch an Aufträgen? Temperature Scans of Minimus. Da habe ich keine Lust drauf. Dem Parachute in Flight Over Kerbin. 160 bis 460. 13.300 Meter. Das sollte ja so schwer nicht sein. Habe ich die Main Sail Engine eigentlich schon? Nein. Ähm... Ich can Patrol raus. Den hier... Dü 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 dü. Das kann ja so schwer nicht sein. Gucken wir mal, ob das reicht. Ich glaube, das erfüllt ihr nicht. Nee. Ich habe das Gefühl, diesen Auftrag schon mal gemacht zu haben. Wir sind zu schnell. Ich weiß auch nicht, ob ich die Zielhöhe erreiche. Boah, wahrscheinlich. Und zack. Na? Na? Kann ruhig wieder abwärts gehen. Ja, genau. So, aufpassen, dass mir der Dings nicht abreißt. Der Parachute. Das wäre albern. Ich frage jetzt nur, auf welcher Höhe geht der auf? Geht der früher auf? Geht der auf 5 schon auf? Oder die Pleute auch bei 500 Meter? Wahrscheinlich auch auf 500 Meter. Damit wir nicht abreißen. Ja, hervorragend. Bei der Geschwindigkeit sollte sogar die Crash Tolerance von dem Triebwerk reichen. Komm, bring ihn runter. So ein Triebwerk ist nämlich ganz schön teuer. Ja, das würde ich gerne behalten. Und Recover. Ja. Ich habe fast 1000 Signs. Und davon kaufe ich mal das. Hm. Hm, was bist du? Ach, Docking. Ja, wenn ich schon mal dabei bin. Und du? Hm. Die gute alte, äh... Nuclear Engine. Grabbing Unit. Nope. Aber... Flight. Hm. Größere Teile, ja. Na, warten wir mal ab. Unmanned Tech. Unmanned Tech. Iron Propulsion. Large Electrics. Electronics. Das sind alles Sachen, die ich gerade nicht brauche. Oh, außer ich möchte einen Rover bauen. Und was bist du? Äh... Adapter. Nur Adapter. Very Heavy Rocketry. Very Heavy Rocketry. Kann ich nicht. Was hatte ich hier nochmal drin? Ah, genau. Großen Liquid Fuel Booster. Gut. Äh... Es steht immer noch ein Auftrag aus. Nämlich Polar Orbit of Carbon. Ähm... Da hab ich schon was vorbereitet. Äh... Wo ist er denn? Carbon Polar Orbiter. Ist im Grunde genommen dasselbe Design wie das, dass wir... äh... Satelliten nach Minmus vorgesehen hatte und auch benutzt habe. Und ich hoffe, dass es reicht, um auch diesen Dings zu erreichen. Den Orbit hier. Ähm... Nope. 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 dass es jetzt diese Aufträge gibt, von denen ich mir ein paar cherryficken kann. Auch ein paar schwierigere, wie dieser hier. Und dadurch einfach mal lerne, diese Spiele zu spielen. Langsam und kontinuierlich. Und nicht wie früher, dass ich das Spiel starte und sage, so, ich fliege nach Duna. Und dann wird es eine komplette Katastrophe. Okay. Thrust ist hoch, SAS ist an, Flight Engineer haben wir drauf. Surface brauche ich gerade nicht. Dann vielleicht das noch offen haben. Okay, dann Launch in 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Was habe ich hier eigentlich für einen Engine dran? Ach, den Skipper. La, 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 la. Kleinen Moment eben. Ich habe doch schon alles so weit runter. Warum ist das immer noch so unglaublich laut? Oh, Difficulty Options. Apply. Accept. Ich habe das Gefühl, das wird einfach nicht leiser. Egal, was ich mache. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Achso, wo ich eben sagte, ich fliege nach Duna und das wird eine totale Katastrophe. Als nächstes fliege ich nach Duna und das wird aller Voraussicht nach eine totale Katastrophe. Ja. Soweit der Plan. Ich weiß gar nicht, wie viel Delta wie ich da brauche, um hinzukommen, aber ich habe mir überlegt, das auch wieder in zwei Phasen zu machen. Einmal einen Satelliten in eine Umlaufbahn zu bringen, der ein bisschen Science zurückfunkt, und dann einen Lander zu bauen. Und Abwurf. So. Drehen wir uns doch schon mal ein bisschen. Apple Apps ist bei 42 45 48 68, 69, 70 Ups. Ich bin ein Idiot. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe mich nach Osten gedreht. Ich solle in ein Polar Orbit. Deswegen wäre es vielleicht klüger, einen Turn nach Norden zu machen. Äh. Vollgas. SAS. 5 4 3 2 1 Ach. Manchmal wäre es ein bisschen cooler, wenn ich mehr nachdenken würde, glaube ich. Aber wo bleibt denn da der Spaß? Ganz ehrlich, wenn ich dieses Spiel perfekt könnte, dann würde ich vermutlich keine Videos machen. Das muss ja, äh. Oh. Muss ja schon Spaß machen, auch für den Zuschauer. Und ich persönlich habe hier auch Spaß dran, so Explosionen hervorzurufen. Und ich habe noch massiv Delta Vieh in dieser Karte. Kiste. Und jetzt neige ich mich mal nach Norden. Ich habe ja noch 3000 Delta Vieh in den oberen beiden Stages alleine. Aber so ein Polar Orbit ist, glaube ich, ein bisschen teurer als ein normaler, weil ich die Eigenrotation des Planeten nicht mitnehme. Bin mir aber nicht sicher, ob das so stimmt. Und das müsste so stimmen, ja. So. Vielleicht sollte ich gleich mal ein bisschen so burnen. Das könnte sich ein bisschen hier rüber bewegen, bitte. Na? 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 Komm, 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 komm. Und Stopp. Ich habe meine Epo-Apps auch bald erreicht. Das heißt, es ist gleich Zeit, mal ordentlich loszubirnen. Na, sagen wir jetzt. Ich hoffe, dass die Stage noch zum Orbiten reicht. Wenn die jetzt auch nicht schlimm, dann werde ich die zumindest los, indem sie in den Boden stürzt. Aber Fury-Apps, das steigt und steigt und steigt. Könnte fast noch reichen. Oh, das reicht sogar. Ja. Hierum bewege ich mich? Genau richtig rum. So. Bauen wir doch gleich mal eine Maneuven-Out fertig. Das sieht schon mal sehr gut aus. 1400 Meter pro Sekunde. Schmeiß ich die Stage auch mal weg. Weiß ich auch, wie lange ich gleich burnen muss. Eine Minute siebzehn. Kann ich eigentlich... Kann ich eigentlich... Das hier ist Dings oder so setzen? Nein. Gucken wir doch mal, dass ich diesen Orbit geschickt hinkriege. Eine Minute siebzehn, das sind 30, 8, 38 Sekunden Minus. Hinkriege. 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 Deja wie hab ich genug. So. Oh, 38 Sekunden habe ich gesagt. Und 3, 2, 1, Vollgas. Oh, jetzt ist der Estimated Burn plötzlich deutlich niedriger. Ah! Mist. Ich habe nicht rechtzeitig auf Stock gedrückt. Das ist ein bisschen... Naja, ein bisschen unnürftig. So. Was mache ich denn jetzt zuerst groß? Die P-Reaps ist nach hier oben. Wer stellt eigentlich sicher, dass meine P-Reapsis nicht hier unten ist? Ach, ich. Äh, Prograde, Burnish, Prograde. Okay. Okay. Falsche Richtung Falsche Richtung Oh. Ich denke... So passt das etwa. Zehn Sekunden Burn. 700 Meter pro Sekunde. Puh, das ist im Grunde genommen alles, was ich noch in der Stage hab. Hehehehe. Aber das ist okay. Habe ich hier eigentlich schon eine Observation? Ja. Reset. Wo bin ich denn? High over Kerbin habe ich jetzt nicht gesehen. In Space over Kerbin, irgendwie sowas. Bei minus 5 Sekunden sollte ich Gas geben. 5, 4, 3, 2, 1, Gas! Ja, die Stage kann ich eigentlich auch wegwerfen. Da ist irgendwann viel drin. Naja, naja. Jetzt kann ich noch die Periapsis... ...auf die Epoapsis schieben, dann ein bisschen korrigieren und dann müsste das passen. Welche Richtung will ich dann burnen? Prograde? Prograde. Wieso kann ich nicht lenken? Was soll das? Weil ich ein Idiot bin. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mehr mit dem Motor starten. Ah! Kass es! Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte hier die... ...Dinger, die, äh... ...nicht ausgefahren werden müssen. Äh... ...ja... ...die wird wohl für immer da bleiben müssen. Genauso wie die hier. Ah! Sag bloß, ich hätte nicht hin- und herswitchen dürfen. Nein! Nein! Das ist ein bisschen traurig, jetzt. Na gut. Na gut. Na gut. Objekts in Space. Gut, würde ich sagen, beenden wir diese... ...Episode auch, äh... ...ohne unser Ziel erreicht zu haben und... ...mit ein paar kleinen Tränen im Auge, die ich mir gerade wegwischen muss. Dann... ...bedanke ich mich fürs Zusehen. ...und, äh... ...hoffe, es hat euch gefallen und frustriert euch nicht so sehr wie mich. Da kam ich von hier wenigstens eine schöne Aussicht. Wo ist denn mein Heimatplanet? Ach, wahrscheinlich unter mir da. Ja, das... ...sieht nett aus. Seedemon. Ich war gerade beim Verabschieden, aber ich... ...suche eigentlich jetzt noch Minmus. Ich weiß, dass man Minmus von Kirbin aus sehen kann. ...irgendeiner dieser vielen Punkte eben hinter... ...da! Ich glaube, das ist Minmus. Oder das. ...verdenke ich mal das. Mhm. Und das. Könnte beides Minmus sein. Naja, äh... ...jedenfalls bedanke ich mich sehr fürs Zusehen... ...und, äh... ...dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!